Ich werde dieses Jahr meine dritte DACA fahren. Wir haben ein neues Fahrzeug an unserer Seite, den Can-Am Maverick. Das zeige ich euch jetzt heute einfach mal. Wir haben hier unseren neuen BF-Britage-Reifen in 32 Zoll. Dieses Jahr größere Reifen, mehr Sicherheitsstabilität und hoffentlich kein Blattfuß mehr. Freiger Dämpfer speziell für Offroad. Wir haben jeden Tag zwischen 400 und 500 km übergeläuft. Wir haben einen stabilen Überroll-Käffig aufgebaut auf dem Chassis. Wir haben unsere Sparkle-Sicherheitssitzung speziell auf uns angepasst. Hier vorne wird nachher unsere Schaltzentrale sein mit zwei Tablets, die uns quasi die Navigation dann vorgeben. Unseren Motor 900ccm, standardmäßig vom Chem-M, präpariert mit ca. 200 PS. Man sieht verstärkte Arme, die natürlich auch uns übers Geläublein bringen. Alles speziell vorbereitet für den Renn- und Motorsport-Einsatz. Wir fahren zwei Reserveräder mit uns, die überhaupt nicht brauchen. Und das ist unser neues Spielzeug.